Noelle, willst du eigentlich An-Mod machen? Achso, oh fuck, wir nehmen ja auf. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Ach, wir haben sie ja lange nicht mehr aufgenommen. League of Legends. Dankeschön, League of Legends. Ja, das war's. Oh, heute ist... Thanks, John. Justin und Anna. Ich fang beim Blue Wolf Globio tatsächlich an. Wo ist denn der Blue Wolf? Hallo, Justin, guck mal. Ich bin Drache. Bin Drache. Oh, stylisch. Oh, kleine Drachen. Ja, wo sind die Kinder? Was hab ich eigentlich als... Ach ja, das da. Ich hab das Gefühl, der ist noch neu, weil er mit The Ghost spielt. Der tankt für mich, find ich nett. Ja, so hat reich. Oh Gott, der ist ja... Er weiß, dass er tot. Ich würde mal sagen, danke, er ist halt halb tot, aber er hat mir halt komplett geliecht. So. Ich hab doch gesagt, von der einzig wahre Drache. Ich hab natürlich nichts zu dir geputscht. Ich komm in die Mitte. Ja, ich hab keinen Mana, keine Fähigkeiten, ich hab gar nichts. Auch alles gut, solange er da steht. Ich komm über den... ...den Busch. Aber wobei, er geht grad irgendwo anders hin. Oh, 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 oh. Ja, weil er da Unwishing drin hat, er hat auch Unwishing drin. Äh, nee, der ist da hier gerampft, hat deswegen. Nice, den holen wir auf, den holen wir auf. Na, er ist geflächt. Das Pferd hat sich ja so verkauft. Ah, fuck, er hat mich gestunt. Besser als ein gefiedeltes Pferd. Hm, okay, nochmal mal. Ich müsste mal back gehen, einfach aus dem Grund, weil ich mir... ...weil ich schon 2.000 Gold habe. Ja, ich hab 1.700. So, schon mal jetzt Lost Chapter. Und mit Lost Chapter und Schuhe. Ich müsste halt auch mal back gehen, weil er grad mehr Leben hat, als ich und ich die ganze Zeit hier mit wenig... ...mit kein Mana rumtanze. Also, ich kann jetzt auch noch mal zu dir kommen, sonst. Das wär nett. Dann könnten wir ihn vielleicht nochmal töten, dann könnte ich noch ein bisschen... ...Druck auf den Tower machen. Also, ich mein, ich würde auch noch einen Kill nehmen, aber... ...du hast schon 2. Ja, Hauptsache, er stirbt, ne? Ja, und Hauptsache, du stirbst nicht, seh ich gerade. Ja, dann komm mal her. Ich bin gleich da, ich bin sofort da, ich bin sofort da, ich lauf aus. Dann ist das Lächeln vor dem Schlaf. Bist du da? Ja. Okay, er ist gierig. Kannst du. Ja, Rale, aber bitte auch nicht. Er hat mich geultet, er hat keine... er hat keine Hult mehr. Er muss jetzt kriegen die Leistung, ne? Ja. Er hat meine Flasche auf den Verein gesetzt. Schade. Ähm, wir haben Besuch. Oh ja, und nach der Bussin ist sehr viel Party. Na, fuck. Und so eine Party mir nicht gefällt. Du magst Partys. Hm, ne, okay. Ich will ja auch als supporter von zwei Seiten beschützen. Ja, ich komm runter, ich komm runter. War doch den Skin, den er hat. Der ist Pferd, das da im Busch. Ja, ich komm da hin, ich komm da hin. Ich komm da hin, bleib da, bleib da, bleib da, ich komm da hin. Ich wollte auch nirgendwann das hin. Viel Angst um das Support. Nee, der macht aus, der kam es da rum, der hat schon gleich. Ach, ich komm mal Hallo sagen. Hier Karim ist angehippet. Pferdchen! Ich würd' ihn gern haben, aber... Ich bin ja noch. Ja, wiederum, ich hab sofort land. Krieg' ihn, wenn ich... Ja, warte. Ich hab' ihn. Kann sein, ich hab' ihn. Danke schon. Warte, den kriegen wir, den kriegen wir. Komm. Ich hab' ihn, ich hab' ihn, der war beim Burning Pack, ich hab' ihn nicht mehr angehippet. Ich komm, ich komm, ich komm. Hahaha. Sleep! Warte, warte, warte. Ich hab' ihn nicht getroffen. Oh! Ah, shit. Ich hab' ihn nicht getroffen. Ich hab' ihn nicht getroffen. Hab' schon wieder keinen Mana. Oh Gott. Nee, du tötest mich nicht. Ich erlaub' das nicht. Äh... Ich kann dir nicht helfen, wenn du irgendwas drum bekommst. Ja, alles gut. Ich bin einfach hier unten hin gelaufen. Oh, shit. Ich hab' beide bekommen, mit der Rakam mich nicht gestunt. Oh Gott, Alter. Ja, es ist traurig. Oh, ich bin tot. Ja, oh, das war so dumm von mir. Ich hätte gehen sollen. Oh, er hat nen Schatten. Oh! Der Gegner! So viel zum amt, muss ich sterblichen Dämonenkönig. Wollst du das machen? Ich hatte Hoffnung. Überwürdig bis zu Minute 10 und ich gestorben bin, hab' ich Hoffnung. Oh, das war close, Anna. Ich hoffe nur. Aber rate mir, wer jetzt schon sein Mythicat hat. Ja, ich hätt' es auch passt. Das kann ich, glaube ich, äh, das hält mir noch nicht ganz gut. Äh, ich komm zum Hacker ran. Wenn ihr den da festhalten könnt. Sonst geh' ich Redbot machen. Oin, das ist ja so lustig in der Mitte. Ja, aber ich hab' das lustig in der Mitte. Ja, alles gut. Ne, 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 mach Dings, mach Dings. Ich geh' hierhin. Okay, da. Red gefunden. Ich hab'n Pferd und'n Drachen noch in meiner Mitte. Oh, hallo, Justin. Hallo. Mein Nenner ist halt noch da. Ich würd' den gern töten. Ja, ich merk's. Ich hab' meine Ult wieder, wenn ich ihm, wenn der Bull in Kugel treffe, kann ich schlafen machen. Komm, 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 komm. Ja, jetzt schlippst du. Jetzt ist er tot, jetzt ist er tot, jetzt ist er hoffentlich tot. Okay. Ich mein, beinahe, verkillt ihn. Nein, oder nicht? Ah, weg. Na, ne, gut, ich bin erstmal wieder weg. Wobei, ich... Ja, wobei, ne, ich geh' nicht wegmachen. Ich geh' auf die Top-Land, tatsächlich. Schade. Ich kann's helfen. Geh' nicht mehr. So, mein Nenner ist missing. Ich hoffe mal, dass er nicht mit dem Bot geht. Er war extrem lau, er hatte irgendwie 10 AP, ich denke nicht. Ah, ich hab' das Pferd gefunden. Hallo Pferdchen. Wir müssen anzünden. Ich hab' meinen Nenner wieder gefunden, der ist wieder da. Lass mich von dir nichts an. Ich weiß, wie dein Champion funktioniert. Strategie. Äh, ja. Ich komm' auch wieder rein. Die haben einen Kinn, das ist der Aurelius Holt. Den hat der Aurelius Holt, weil ich greedy war. Deswegen ist, ich seh' ihn halt auch ohne ihn zu sehen. Einfach quasi, weil ich halt seine Sterne sehe. Auch wenn er quasi außer meiner Vision ist. Ah! Ist doch sehr dumm. Er kann sie doch nicht in Büschen verstecken, weil man die ja auch durch die Büsche durchsieht. Bei unseren Lanern sind wir zu. Er ultet mich um weg zu rennen. Ist das der ganze Unreiz. Ähm, wann sag ich irgendwann Drake? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. da oben kommt so ein bisschen welt ja ich habe ich habe gecharmt und schade ich wollte natürlich nicht den kill clown justin das war überhaupt nicht meine absicht was wolltest du ich habe nicht meine wege und das war überhaupt nicht meine absicht nein nein siehst du kommen ich ja hier ein mit den aurelion zoll und dings ja ja ich glaube und mit kommen du brauchst kein mann oder bitte wer braucht man ja ich habe dieses ding jetzt schon wollen äh, der Mordokäler wird irgendwie töten, sei nicht schlecht durch die Wand! Mein Supporter Hallo! Hallo Mordokäler! Okay Ich hab mich gebongt! Oh Gott! Ich helfe dir mit der Bohlenkugel, aber mehr kann ich auch nicht machen. Weil ich sterbe einfach wenn ich da reingehe. Und ich hab nen, äh, Shutdown Gold. Deswegen schaffst du das schon, weil ich glaub an dich. Dann sag mal mit den! Ich helfe dir nochmal mit der Bohlenkugel. Soll ich in die Mitte kommen? Oh, ich hab... mit der Bohlenkugel hab ich's... Oh ja, ich hab da viel assist bekommen und das Ding! Let's go, die Bohlenkugel, du! Ich hab's aber mit denen! Die kann mich nicht töten! Ich... ich... ich unterstütze ich einfach nur mit Bohlenkugeln. Ja, ja, warum? Dankeschön! Dankeschön! Ja, das könnte schon problematisch schon kommen. Ich weiß auch, weil ich nicht... pass auf, ich bin ja von Onder nach oben. Ja, ich bin schon tot. Oh, ich hab ein Pferd gefunden. Oh, das war mal krass. Ich liebe es, ich treff einfach mal ne Komme und das Pferd dreht wieder um. Wenn möglich, bitte wenn! Ja, außer, glaub ich, doch so, wenn ich, äh, wenn ich eh dann treffe. Werde haben halt Angst vor Drachen, ne? So. Easy, Toplane. Nein. So, wo ist der Hegerin? Der Hegerin ist einfach abgehauen. Ja, ja, der hat nicht gesehen. Wir haben die beiden, wir haben die beiden, die getötet, der Hegerin rennt einfach weg. Ja, 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 ah, ich hab die gefunden! Ja, ah! Weißt du nicht? Ey, guck mal, er ist sich nicht sicher, ob er mich engagieren soll. Er, er ist unsicher, guck mal. Ja, danke. Er ist sich sehr unsicher. Jetzt mordet, Kaiser! Wir kommen alle, wir kommen alle. Ja. Ich in der Z komme auch noch runter. Ein Gegner wurde getötet. Ey, Noel, ich glaub, so viel schaffst du nicht. Doch, ich schaff das. Oh Gott. Ich hätte es schaffen können, ach, fuck, ah, ich hab mein Item noch nicht, äh. Ich hatte mein noch mehr Burn Item noch nicht. Ah, hallo Hegerin. Ja, du bist tot. Der wurde ja einfach vergewaltigt. Ich hab was irgendwas anderes gecharpt, was ich wollte. Das ist doch den Frosch. Ja, wenn ich Heger höre, das heißt, ich muss automatisch, ich muss Scham, weil die uns ja vorgegeben waren. Ja, das Ding ist, ich hatte halt auch schon ein bisschen mehr geleben, weil ich einfach konsequent im Model Kaiser, an dem ich vorbeigelaufen bin, die ich logiert habe. So, ich bin einfach eben rumgegangen, hab die Kaiser abgeholt. Also ohnehin ist die einzigen Kills, die die haben, die einzigen Kills, die die haben, sind meine vier Tode, ne? Ja, Noel, also ich würde nochmal, ich würde nochmal ran überlegen. Ich bin zu greedy mit dem Champion, weil ich zu viel Spaß habe. Ich geh zurück, holen mein zweites Item und mein zweites Schuh. Hab ich mehr erlebt, als der Molle Kaiser. Ich weiß. Ne, ich geh hin, ich geh hin, ich mach das, ich bin der zweite Jungler. Mit vier Toten mehr. Ja, mit vier Toten mehr. Oh Gott, ich, ich, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich komme. Warte, ob die... I'm on my way. Das ist ein Copyright. Ich hab ja schon wieder meine Ult! Ach, wie konnte das denn sein? Ich hab aber nur gesagt, ich bin on my way. Mehr hab ich noch nicht gesagt. Ah! Well! Nicht die! Ich will meine Ult aber nicht racen. Die Kaiser ist bei mir hinten in unserer Backlight. Okay, nevermind. Ähm, hä? Wo ist der Mordekaiser? Hä? HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ? Ja, und Sterblicher Demo und König wächst. Oh ja, bei mir tatsächlich auch. Ey, guck mal, wir stehen 703, 705, 744. Alle sieben Kills. Echt? Hab ich so viele? Ne, du hast zwei. Ja, Samu, ich wollte schon sagen, ich hab doch gar nicht kleine Kills gemacht. Ne, ich meinte jetzt Z und 0. Im Top, leider. Sterblicher Demo ist wirklich aufgewertet. Oh. So, genau. Ich machte meine Support. Ach ja, sorry, sorry. Dämlich gemacht. Ja, das war's dann wieder mit der Folge, League of Legends. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ein bisschen chaotisch heute und ja. Ciao. Ciao.